Kurt Hubert Bodewig ist ein deutscher Politiker. Er war von 2000 bis 2002 Bundesminister für Verkehr, Bau und Wohnungswesen, Leben und Beruf. Nach der mittleren Reife begann Bodewig eine Ausbildung zum Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Danach besuchte er die Fachoberschule Wirtschaft in Grevenbräuch, die er 1976 mit dem Fachabitur verließ. Bis 1981 war er als Wohnungskaufmann bei der Stadtsparkasse Düsseldorf sowie in Bau- und Wohnungsunternehmen tätig. Nach der Ableistung seines Zivildienstes in einem alten Pflegeheim in Düsseldorf übernahm er dann 1981 die Leitung der Verwaltungsstelle Zivildienst beim Bezirksverband Niederrhein der AWO. Von 1986 bis 2000 arbeitete er als Abteilungsleiter beim DGB Landesbezirk Nordrhein-Westfalen. Bodewig ist ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender des Baltixi-Forum e.V. und Beiratsvorsitzender der Hamburger Außenhandelsberatungsfirma Any Solutions GmbH. Außerdem ist er Senior Advisor beim Managementberatungsunternehmen KPMG in Berlin und Mitglied im Aufsichtsrat der Global Panel Foundation. 2007 wurde Bodewig zum Präsidenten der Deutschen Verkehrswach TV gewählt. Seit 2015 ist er Honorarprofessor im Bereich Verkehrslogistik, insbesondere Verkehrspolitik und Verkehrsinfrastruktur an der Hochschule Osnabrück. Kurt Bodewig ist verheiratet und hat zwei Söhne. Er lebt in Hamburg. Partei. Seit 1973 ist Bodewig Mitglied der SPD. Von 1982 bis 1988 war er Vorsitzender des Juso-Bezirks Niederrhein. Von 1995 bis 2005 war er Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes Neuss und von 2002 bis 2004 Vorsitzender der SPD-Region Niederrhein. Von 2001 bis 2005 war er Mitglied des SPD-Bundesvorstandes Abgeordneter. Von 1998 bis 2009 war Kurt Bodewig Mitglied des Deutschen Bundestages. Ab November 2002 war er stellvertretender Vorsitzender des Bundestagsausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Er gehört dem Netzwerk Berlin an, zu dessen Initiatoren er 1998 gehörte und ist Mitherausgeber der Zeitschrift Berliner Republik. Kurt Bodewig ist 2002 als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Neussi und sonst stets über die Landesliste Nordrhein-Westfalen in den Bundestag eingezogen. Öffentliche Ämter. Am 20. März 2000 wurde Bodewig zum Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr, Bau und Wohnungswesen ernannt. Nach dem Rücktritt des damaligen Amtsinhabers Reinhard Klimt wurde er am 20. November 2000 dessen Nachfolger als Bundesminister für Verkehr, Bau und Wohnungswesen. Nach der Bundestagswahl 2002 schied er am 22. Oktober 2002 aus der Bundesregierung aus. In seiner Amtszeit als Bundesminister fallen die Einführung der Lkw-Maut-Gesetzgebung in Deutschland und der Vertrag mit dem Unternehmen Toe Collect. Der am 20. September 2002 unterzeichnet wurde. Seit Herbst 2011 ist er Honorarkonsul Litauens. Der Konsularbezirk umfasst die Länder Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Er ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Flughafen Köln, Bonn GmbH. Kabinett. Kabinett Schröder I. Ehrungen. Goldenen Diesel Ring 2013 des Verbandes der Motorjournalisten. Publikationen. Kurt Bodewig, Rainer Hesels, Dieter Malberg.